Deutschlands spannendste Familie. Das neue Leben beginnt. Hallo, wir haben nicht viel Zeit, guck mal. Du sagst ja immer, es ist mir egal. Dir ist immer alles egal. Die Vergangenheit lässt Bushido nicht los. Ich muss heute zurück nach Deutschland fliegen. Herausfordernde Zeiten für seine Frau. Wir waren, glaube ich, kein einziges Mal getrennt. Das war erst komisch. Bushido und Anna-Maria. Alles auf Familie. Donnerstag, 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017